Das ist fantastisch. Mir gefällt am meisten die offene Atmosphäre bei GMG. Es fühlt sich jugendlich an. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber man duzt sich. Man kann zu jedem reinlaufen. Ob das jetzt der Eigentümer ist, der Chef. Dass es nicht nur eine Arbeit ist mit den Kollegen, sondern dass wir wie eine Familie es sehen. Das liebste Teil meiner Arbeit ist, dass es international ist. Ich kenne so viele verschiedene Leute aus so vielen Ländern. Ich bin aus China, aber ich arbeite in GMG. Die Leute sind nicht mit weniger als 100 Prozent zufrieden. Gmg ist einer der führenden Color Management Software Hersteller. Ich erkläre es immer gerne damit, wenn man sich vorstellt, ein großer Möbelhaushersteller möchte sein Katalog weltweit drucken lassen. Dann sitzt eine Druckerei in China, in den USA, in Europa und überall muss die Farbe gleich sein. Und dazu brauche ich Gmg. Ich denke, Gmg ist die einzige Firma, die wirklich fokussiert auf diese Farbe-Management-Probleme fokussiert. Also, fast jeder ist ein Farbe-Nerd. Also wir sagen, okay, wir kennen Farbe. Hinter jeder Tür verbirgt sich jemand, der sehr viel weiß in der Regel. Und ich würde sagen, wir sind die Champions in Farbe-Management. Ich finde, es ist eine ganz gute Mischung aus innovativ zu sein, aber trotzdem noch so eine Art Bastelbuden-Charakter zu haben. Gmg ist ein guter Arbeitgeber, weil jeder der Mitarbeiter extreme Leidenschaft für seinen Beruf hat. Also ich selbst habe seit fünf Monaten eine Tochter. Hier bei Gmg ist es kein Problem, dass man zum Beispiel Elternzeit nimmt oder auch Zeit für die Familie hat. Man guckt, dass der Mitarbeiter sich auch wohlfühlt, dass einfach weiterkommt, dass man sich weiterwickelt, dass dahin geht, wo man gehen will. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.